Seit 20 Jahren sorgt QS dafür, dass unsere Lebensmittel sicher sind. Die Futtermittelbranche war von Anfang an dabei. Wir sind Teil der Lebensmittelkette. Gemeinsam mit den Partnern haben wir ein solides und zuverlässiges Qualitätssicherungssystem aufgebaut, das in Europa einzigartig ist. Die Zertifizierung von Futtermittelherstellern und Händlern ist heute selbstverständlich. Dies wird inzwischen auch von der amtlichen Futtermittelkontrolle wertgeschätzt. Die Futtermittelunternehmen agieren über Ländergrenzen hinweg. Sie profitieren davon, dass QS auch international akzeptiert ist. Eine gegenseitige Anerkennung von Futtermittelstandards ist wichtig, damit Lieferketten funktionieren. Deshalb stehen wir als Futtermittelbranche zu QS. Untertitelung des ZDF, 2020